Der Ingenieurdienstleister List GmbH wird bis Ende 2016 seinen Firmensitz in Rochlitz aufgeben. Das derzeit von List genutzte Gebäude auf der Seminarstraße soll nach dem Umzug abgerissen werden. Der Staatsbetrieb hat die ehemalige Reichsbahnschule in der Gellertstadt Heinichen erworben. In den nächsten 18 Monaten sollen am neuen Standort umfangreiche Umbaumaßnahmen für mehrere Millionen Euro stattfinden. Das Unternehmen mit ca. 120 Mitarbeitern wird voraussichtlich Anfang 2017 in das neue Gebäude auf der 1 Thielmannstraße einziehen.